Hallo meine Lieben, guten Morgen, Tag 6 im Dschungel. Heute gehen wir traditionell fischen und ich hoffe es wird ganz interessant. Es gibt auf jeden Fall Hammerfische hier und wir schauen uns das mal an. Musik 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 Das ist unser Fang für heute. Zwei Catfische und zwei Piranhas. Ich hoffe sie werden uns schmecken.